ja leute willkommen hier zurück warte noch warte noch ich probier die mine aus tschuldige zu der wischen tschuldigung ist gleich aufgeladen ist gleich aufgeladen ist aufgeladen ist das geil ist sicher gut meine neuer führung ausgerüstet ja wir machen jetzt die erforschung denn der liebe von gemma hat jetzt alles was er braucht aufgerüstet war der war geil leute wirklich suchmine wo gehst du jetzt hin? da elektronik teile holen ach gibt sie von jedem? elektronik ah den hast du nicht cool hier we go again na geht doch geht ein gefahrgut team muss den bereich scannen wo geht es? alarm katamination scan eingeleitet alarm katamination scan eingeleitet aber filter sind wichtig gibt es in der darkzone auch viele sachen wo man mit filter hinkommt da wird doch nicht gelagter was? oh ja wo ist das? activated öffne alarm katamination scan eingeleitet fasst ey rater vorbeigelaufen fasst Die Gegner da drüben ist ja schon. Oh man, Baby, 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 Baby. Schon. Das war ja easy. Danke, dass Sie da rein sind. Unseren Patrouillen fehlt einfach die Ausrüstung. Oh, zwei blaue Gegenstände waren da drin. Jupp. Das läuft. Schauen wir mal, wo wir jetzt hingehen am besten. Ich gehe danach einfach. Wenn ich da woher komme. Jupp. Alles safe. Alles klar. An alle JTF-Einheiten bei Pan Plaza, wir brauchen ein Bergungsteam bei Kermans in der 34. West. Sivile Guide sind vor Ort. Kommen, Freund. Ja, komm, 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 komm. Ich hoffe, dass ich ein Sniper war. Ja, zwei. Einer. Zwei. Oh, mein Mäckle wäre auch nicht. Hab ich. Oh. Oh. Oh, der Schlüssel ist hervorragend. Ich bin wieder vorbeigelaufen. Unglaublich. Sehr gut. Ja. Es gab genug Tote. Toll gemacht. und weiter jetzt ist die frage okay und kurz gut das war's das war der Gegner ach so aber wie sagst du EP sind EP genau was war das jetzt? die Mine hat sich wieder aufgelöst ist das die erste Stufe von der Mine oder? da gibt es mehrere ja bei jeder Fertigkeit hat mehrere Stufen okay das dürfte dann die erste sein wir haben einen Furschruf abgefangen wir können den nicht verbrauchen ist mir doch scheißegal wir brauchen Waffen dabei wir treffen uns in der 38. Best das war schlecht gezielt ja ich liebe diese Mine Warnung Feindkräfte näher an sich wir geben Decker erprovisierte Sprechvorrichtung entdeckt wir werden das schaffen ich habe jetzt nichts gesehen durch den Rauch einfach eine Böds Warnung Feindkräfte näher an sich wir geben aufgelöst erprovisierte Sprechvorrichtung entdeckt keiner von euch kriegt mich was sind eigentlich diese violetten Teile da? welche violetten Teile? da ist was violettes da ist was violettes ah warte mal Kieselisten danke für die Hilfe Agent wir übernehmen ab hier okay na gut weiter geht's ich laug einfach nach ich vielleicht habe ich sie vielleicht auch nicht jetzt sei kein Arschloch ich hab sie gesehen okay ich weiß das du sie hast ich hab sein Tag So, man, die Vision stellt sich heute manchmal an. Tja, wieso? Ja, rennt vorbei, da kommt er nicht drüber. Ah, hier ist ja geil. Feuerwehrstation. Wo? Da, Feuerwehr hat das. Aber seine Vision stellt sich an. Ja. Okay, jetzt komm ich da auch nicht durch. Aber mein Division. Genau, dein Division. An alle Einheiten, Zivilisten werden in der Unterführung 39. West und 10. angegriffen. Wir brauchen dort Hilfe. Komm. So, bis Vorschläger. Oh, Erfahrungsstufe neu. Was für Erfahrungsstufe? 14. Rang 14. Ich bin jetzt erst 14 aufgetreten. Irgendwas musst du mehr gemacht haben dann. Nein, das ist wahrscheinlich, weil ich den Bonus habe mit dem mehr EP. Welchen Bonus? Ich habe auf der Waffe am Bonus 10% und auch in der Basis freigeschaltet. Oh, danke. Ich habe schon 30.000 Punkte in dem Level. So soll ich die gemacht haben sonst? Was, das ist irgendein Tech-Flügel oder so? Mhm. Run, Baby, run! Boah! Aber so ganz effektiv ist ja auch nicht, gell? Wir ziehen nicht ein ganzes Leben ab, oder? Bitte? Wir ziehen nicht viel Leben ab, so an den Gegnern. Ja, auch so als Ablenkung. Ja, so ist es. Gut. Gut, dass Sie das machen. Gut, dass Sie das machen. So. Nehmen wir einen Satz? Ich wollte mal das Safehouse aufmachen, dass wir das haben. Jeder ist da. In 0,2. Ja. Und dort sind gleich zwei Nebeneinsätze. 0,2? Man ist es nicht in 0,2. Man ist es nur nur Meter. Jetzt sind es gleich 150 Meter. Andere Orte. Gettenspur entdeckt. Ich kann das warten. Genau. Das ist mir, was ist wichtig zum Speichern. Das ist mir, was ist wichtig zum Speichern. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Sie müssten nah dran sein, Agent. Sie müssten nah dran sein, Agent. Grüß euch. Tschüss. Gut, jetzt schaue ich nur kurz nach. Was ist das für ein Kostner? Was sind denn die Vorteile? Da, Fähigkeiten. Steigert den Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10%. Und wie hast du das gekriegt? Im Sicherheitsflügel. Da ist ein Nebeneinsatz in der Nähe. Wenn du willst. Ja. Ich habe da noch irgendwas gesehen. Genau, und da gibt es zum Beispiel auch noch Durchauszeichnungen um 25%. Dann muss ich wohl einen Techflabbing nochmal besuchen irgendwann. Wenn ich wieder mehr habe. Ich bin jetzt erst aufgestiegen, nämlich. Man seht, aber 10% machen es aus bei den ganz großen Missionen. Wenn es ja gleich 70.000 AP gibt, 10% sind 7.000. Ja. Oder weniger. Aber. Und weißt du noch, wie das heißt beim Techflügel? Nein. Muss man schauen. Aber ich stehe dir immer dabei, welche Vorteile du kriegst. Okay. Boah. Gibt es noch nicht weiter? Nein. So. Hm. Zeig mal etwas mit Gefühl, das bringt dich nicht um. Hey, was ist hier los? Alter, ich hab da eh was gegeben. Und seit gestern gibt es drei neue Leichen. Das ist das Geschäft wirklich, ich hab da keinen Aufgang gefunden. Peinlich. Wie? Kein Aufgang? Ja, du hast dich gefragt, ob es weiter geht. Ich hab's ja klar. Ja, da stehen Stufen auf. Ja. So. Ja, man, die Wischen. Ja, man, die Wischen. Da geht's weiter. Oha. Gut, da geht's nicht weiter. Uah. Hat der Dome vielleicht. Verlass ich, verlass ich heute nicht auf mich. Und jetzt noch weiter. Oh. 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 Entschuldigung. Aber da oben steht ein Gegner. Aber geht's da weiter, Alter. Ah, da. Ja, aber wie kommt man da rauf? Bin ich zuerst nicht drauf gekommen? Nein, nicht da. Andere Seite, eh da, wo wir waren. Und wie bist du da durchgekommen? Da hinten, kann man runter springen. Nach der anderen Seite wieder raus springen. Ah, und da wieder rauf. So. Die Wischen ist schuld. Oh, bis ich komme, dann ist alles vorbei. Ja, ich störe mal ein bisschen. Ja, aber das ist etwas zu zart. Oh. 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 Da ist der versteckt, ja. Wandzeug. Oh, da kann ich nicht herkommen. Oh, passt. Oh. 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 machen kann aber falls sie darüber nachgedacht haben gebe ich ihnen ein rat behalten derzeitigen job sie sind offensichtlich ein hervorragender agent und es gibt unglaublich viele arbeitslose schauspieler die die wischen braucht sie dringend als irgendein fernsehsender so das war's wir sehen uns mal macht das gut haut rein